Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Geld beim Landwirtschaft 2011 erhöhen könnt. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. So, als nächstes müsst ihr MyGames gehen. Also ihr müsst erstmal den Ordner vom Landwirtschaft 2011 finden. Den habe ich hier. Und dann geht ihr unter den Speicherstand, unter dem ihr euer Spiegel gespeichert habt, beziehungsweise da, wo ihr euer Guthaben erhöhen wollt. Dafür dann einfach auf den Spiegelstand gehen. Das wäre in diesem Fall bei mir jetzt mal Savegame 1. Und dann öffnen sich hier so ein paar Dateien, beziehungsweise XML-Dokumente. Dann müsste ein XML-Dokument Career Savegame heißen. Da geht ihr einfach mit rechtsklick drauf und öffnet das mit dem Editor. Der Editor hat dann jede Menge Text und normalerweise müsste das dann hier in der zweiten Reihe stehen. Hier steht es dann auch. Money gleich und dann halt jeweilige Zahl. Hier gebt ihr dann ein, was weiß ich, 10,09 oder, was weiß ich, 100.000, eine Million, 30 Billiarden, wie ihr wollt. Und dann einfach unter Speichern. Und schon habt ihr euer Guthaben auf eurem Konto beim Landwirtschaftshaus im Water 2011 erhöht. Bis zum nächsten Video.